InterCable war schon damals mehr als ein Unternehmen. Es ist das Erbe unseres Vaters, der InterCable damals als kleines Handelsunternehmen gegründet hat und mit seinem innovativen Geist und seiner unerschütterlichen Entschlossenheit erfolgreich weiterentwickelt hat. Diese Werte haben uns geformt und geprägt und zu dem gemacht, was wir heute sind und sind daher auch die Wurzeln, aus denen sich dann auch die InterCable-Tech entwickelt hat. Wir vereinen dort unsere langjährige Erfahrung mit der Dynamik einer modernen Welt, die stetig neue Herausforderungen und Möglichkeiten bietet. Produkte entsprechend der Kundenanforderungen auszulegen, ist die Aufgabe, der wir uns jeden Tag stellen. Hier bei InterCable, jeder individue unterstützt die Zukunft der Industrie, auch hier in Produktion. In jedem Teil steckt ein Stück von uns selbst. Unsere Leidenschaft und unser Einsatz. Man ist auch einfach stolz, wenn man ein Auto auf der Strasse sieht, wo die eigenen Teile verbaut sind. Die Produkte von InterCable sind das Ergebnis von Forschung, intensiver Arbeit und vor allem großer Leidenschaft. Bei uns wird Technik und Innovation tagtäglich gelebt. Bei InterCable-Tech spürt man die Leidenschaft für Innovation und Technik. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft und setzen neue Maßstäbe für Technik, Qualität und Zuverlässigkeit. Wir sind eine Familie, die gemeinsam an einem Strang zieht. Wir setzen InterCable. Wir haben auch lovers anens Ihre Liebes Spyder, die Famreci wird beigegründet. Für M deputy in Deutschland sagt, Leibinnenruz an cuz ich wünsch вам nur im Chat. Die Abonractive antique die Einель spürts in der Herbst. rdiftart der Hand214-3-7-3-4-3-3-4-4-4-4-3-3-4-4-4-5-6-4-3-4 7-1-6-4-3-7-6-5-6-6-6-0m2-7-6-6-1-8-6-0-4-7-6-5-5. Vielen Dank.